Hast du das gelesen? Hä? Hast du das gelesen? Hast du das nicht gelesen? Was die Drehgsaal in Zeitung nicht geschrieben hat? Hast du das nicht gelesen? Der schreibt das nicht. Verstehst du das? Was schreibt der? Alles seh die da? Seh die da? Seh die da? Seh die in Schwallen? Stimmt hinterm Fall nix.